Wir arbeiten in der Kampfstellung, wir sind also bereit und haben vorher schon bemerkt, dass der Angreifer aggressiv ist. Der Angriff ist ein Roundhouse-Kick zum Oberschenkel- oder Kniebereich. Eine natürliche Reaktion kann sein, dass man sein Bein hochzieht. Das Bein wird diagonal nach außen gebracht, das Knie wird hochgebracht, der Winkel sollte über 90 Grad sein, die Hüfte ist unsere Body Defense und bringt das Gewicht nach vorne und möglichst früh zu blocken. Nach dem Tiefen sollten wir so schnell wie möglich kontern, damit der Angreifer keine weiteren Angriff gestalten können.